Als Zeichen gegen den Antisemitismus sind in mehreren deutschen Städten Menschen mit der traditionellen jüdischen Kopfbedeckung der Kippa auf die Straße gegangen. Juden und Nichtjuden versammelten sich unter anderem in Köln, Erfurt, Magdeburg, Potsdam und wie hier in Berlin zu Solidaritätsbekundungen. Berlin trägt Kippa. Unter diesem Motto versammelten sich nach Polizeiangaben rund zweieinhalbtausend Menschen vor dem jüdischen Gemeindehaus in Berlin-Charlottenburg. Der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, bahnte davor, den Judenhass in Deutschland kleinzureden. Viele Juden hätten davor Angst, sich öffentlich zu ihrem Glauben zu bekennen. Schuster berichtete von wachsenden Sorgen unter Deutschlands Juden. Eltern trichterten ihren Kindern ein, außerhalb der Synagoge die Kippa abzusetzen oder ein Basecap darüber zu ziehen. Nachdem es bei einer kleineren Demonstration gegen Antisemitismus auf dem Berliner Hermannsplatz zu einem Zwischenfall gekommen war, wurde diese kurzfristig abgebrochen. Anders für die Demonstration war die judenfeindliche Attacke auf einen 21-jährigen Israeli und seinen Freund vor gut einer Woche in Berlin. Angefragt wurde die Debatte zudem von einer Auszeichnung der Rapper Kollegah und Farid Bang. Die beiden wurden für ein als judenfeindlich kritisiertes Album mit dem Echo-Musikpreis geehrt, worauf etliche andere Künstler ihre Trophäen zurückgaben. Gestern teilte der Bundesverband Musikindustrie mit, dass der Echo abgeschafft wird.